hoffen neues zu oder weiteren folge von jetzt play paul world neben letzten paar aber wieder sehr viel erkundet und haben uns entschlossen dass wir jetzt bereit sind um den turm zu machen den ersten arena leiter boss was auch immer ja florts zwischen fahrt das geschafft der hat ein bisschen gebraucht ich habe eben gerade mein pokémon y x getötet deswegen haben wir einen goomers dabei aber boden ist ja eh gut und wir schauen auch mal wie es uns jetzt hier drinnen er geht schneller als slow brauchen wir länger diesen vieles mehr in kürze technologie punkte soll ich den talen safter machen ich hab sechs bekommst viele es gibt eine mega intakten pistole übrigens erstmal gerne nicht mich fokust das wäre ganz nett topische tracht kann ich noch nicht du musst einfach weg rennen ich hab das ja auch immer hast du gezählt doch einfach mal bitte nicht auf mich das hat immer ein vieles das kann ich habe mich über den soll verstecken hier machst du das war Komm, greif an. Schuss. Schuss. Alter. Maschine. Mach halt auch echt gut Schaden mit der armen Post, deswegen will ich mich auch nicht nur verstecken. Na dann. Wenn er seinen krassen Strahlläsper rausholt, ist schon cool. Oh, weißt du gut. Joa. Äh. Egal, ein Angriff. Sollte vielleicht einmal kurz hier hinter gehen und dann alle hier ein bisschen aufheilen vom Essen her. Ach, jetzt war aber auch die allerletzte Eisenbahn jetzt mit dem Heilen. Komm schon. Oh, ich hab die Sequenz übersprungen, oder? Wir hatten die doch schon mal gezeigt. Ja, aber der Part existiert ja nicht. Was ist der? Ja. Ja. Ach Leute, da ist schon ein Mädchen und die sagt hallo. Ich sitze ja oben drauf. Ja, nur vor allem für Thumbnail wärs wahrscheinlich cool gewesen. Ja. 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 Dann kann ich ja das hören. Das Lager wird angegriffen, Flo. Oh. Was auch. Oh. Ich bin alleine. Du bist ja lustig. Da unten mit den Pals und sowas sind aber meistens eh nicht stärker. Oh. Muss ich die Glocke läuten? Oh. Wo kommen die denn? Oh. Oh. Es kommt ja wieder 80 Stück von denen. Na Premium. Ja. 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 Ich bin tot. Das sind so viele. Go. Wah. Du mir nicht weh. Hallo. Er schossen. Fünfte, Alter. Fünf Punkte. Soll ich die gerade runter schieben Und neuer Teleporter, gibt es sonst noch irgendwas? Ne Aber das tutorial ist vorbei Hey So, dann wollen wir dir mal helfen Vielleicht schon vorbei, ne Oho Alle, sie ziehen sich zurück, oder wie? Ne, noch nicht Ja, da stand ja erst noch nichts drin Und sie rennen schon alle weg Eieie, das war dramatisch Wie sieht der eigentlich aus, wenn ich den raus hole? Alter, ist ja größer als gedacht Ui Ah, da dringt auch erst mal das Feld Pfff Alle, alle Gigasphäre Krass Du musst dich wegpacken, sonst setzt sich die aus für sich ein Was hat die für eine Farbe? Gelb Hast du nicht? Ja Ja, die wurden halt getroffen Pock dir jetzt lieber hier erst mal weg Hast den Teleporter, waktiviert ja, bevor du gegangen bist? Ja Surfend So, jetzt gucken wir mal, ob es surfend hier irgendwo unten ist Oder bei da oben vielleicht Nö Doch hier, ein Surfensattel Geil! Gönnen wir uns Wir sind Leder Palladiumbruchstücke Hast du Leder dabei? Zwei Stück Wenn, da hab ich's gerade in die Kiste getan Oh Aber welcher? Ja, du musst doch nicht gucken Dann würdest du's ja jetzt schon sehen Ja, du hast's dann aber genau da gemacht, als ich geguckt hab Ne, warte mal Hier muss ich kommen Wo lebt der jetzt wieder? Hat das 10 Minuten schon gedauert? Ne Dann muss ich nochmal Nei schon fertig Oh, mein Lohn ist Auch noch nicht ganz Ist mal ein halbes Ziemen tot? Ja Denn wir doch auch Denn wir doch auch Dann muss ich dich jetzt auch hier reintun zum heilen? Wahrscheinlich guck mal nochmal ob hier Schweinchen sind jetzt haben wir die Krähe was hab ich denn da so typ eis ja das schnee viel ich wusste gar nicht dass die überhaupt eis ist nicht da hier stimmt die hat ja auch gefangen natürlich sucht nach Gegenständen in der Umgebung ja aber ich hab schon Pflanze den pack ich denn da jetzt rein zum mithelfen jetzt kannst du dann ja auch mal durchgucken was willst du denn machen ja wer hier unten zum reinpacken gut ist zum reinpacken wie meinst du das du meinst dass die Sachen von A nach B tragen werden das kann ich nochmal gucken nicht zum tragen sondern egal warum möchtest du dich nicht erklären wenn ich nachfrage ja wenn du in diese Bank packst die hier im Lager was machen also zuhause okay die Frage ist wer könnte da sinnvoll sein so Technologien kann ja so nicht beide schon hole ich mir auch noch den Brutkasten hier habe ich jetzt sieben Punkte alle Eisentruhe Eisentruhe ist das ein neues Paldea Pokémon das Paradox Pokémon auch auf der Grimsekarte hätte man auch reiten können das ist übrigens die Paldea Form von die ihr spinnst finde ich gut kann auf fast gefühlt jedem reiten also aber hast du da nicht auch ein Wasserreitding äh weiß ich nicht glaub nicht da wo wollen wir dann als Lager aufbauen ich fähre mich daraus ich bin nicht also mir ist das egal ich brauche ich keine wir müssen erstmal gucken welche Richtung wir jetzt gehen weil wir haben so viele Möglichkeiten so ich brauche jetzt erstmal das Hellspendel ne nein das hat sich natürlich jemand durch ins Bett gelegt das ist ein Sattel nein gut Alter Tutorial beendet in Part keine Ahnung wie viel jetzt guck mal auf der Karte was wäre dann sinnvoll ist in welche Richtung wir gehen sollten es gibt nur eine Möglichkeit Flo ja weiß ja aber das heißt wir gehen da direkt links lang da bei dem Teleporter da unten ok hier hin ja ich find's halt doof dass da unten das schon aufgedeckt ist obwohl wir da nicht mehr waren was soll das ist der mit deinem Team zufrieden ist ok oh das Hauptding das kriegen wir jetzt bald ich muss auch wo hier mal Wasser ist mein Ei soll fertig sein und bei mir sind fast alle tot die sollte ich auch noch alle wieder mitnehmen Guck mal Jan Wasser will ich das mal sehen ja da ist Wasser ich geh da gleich hin warte ich komme hey noch ein Pinguin haben wir denn irgendwas cooles gefunden ein cooles Ei aber nochmal ein düsteres Ei 5 Minuten so ich geh ins Wasser bist du bereit Jan ja ich geh jetzt mal hier baden ja gut das ist super du musst schon hingucken mit dir ach so ja stimmt ich sollte nicht nur mal auf den zweiten äh ich will nur kurz gucken na dann geh ich jetzt hier ran Mann, der Tod ähm na gut, du verbrauchst aber keine Ausdauer schwimmst normal schnell ok ich will sie nicht haben, wie schwimmen muss ich sagen es wäre ja auf dem Boden alle Aquajet hä ja ich dachte, da bin ich schneller hä war jetzt auch nicht so jetig, wie erwartet vielleicht ist das hier so zu flach Jan weiß ja nicht doch, das ist zu flach hier äh alter was ist denn hier los in diesem Haufen ja das war alles dieser Dumme ähm Manta rauchen der hat einfach alles rausgehängt und auf den Boden geworfen ne, wie ich mich hier fortbewege ist lustig ich will erst mal ins Wasser kommen ja, dann sehen wir mal da vorne ist nämlich mehr Wasser und ein totes Huhn schwimmt hier rum hallo wo gehen sie hin warte, noch nicht weitergehen das ist der falsche übrigens ja, hab ich ja auch gerade ich komme ich komme ich sehe, wie schnell du bist ja, du kannst einfach nur schwimmen ohne Ausdauer zu verbrauchen das war's glaub ich was ist denn jetzt RT? naja verstehe ich diese Attacke nicht Alter was seid ihr denn? vielleicht mehr in das war das schlecht mein Wolli-Entwicklung ist da ja, ihr geht schon wieder weiter ihr habt gesagt, ihr seid warten ich gehe nicht weiter das ist nur daneben direkt du bist auf dem anderen Seite des Ufers bin ich nicht natürlich hier ist die Statue da drin ist das Ufer wo wir noch nicht hingehen wollten Aua warum ist hier direkt so ein Typ hier? oha ja, ich bin gleich tot hier toll ich bin nicht sterben halt, stopp ja 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 drauf pack dir eine Leute ein ach man dann heil mich hast du in Gefahren? ja aber der ist doch noch da oh, der ist aber noch einer Jan, bitte wo bist du denn? ja, wo bin ich denn? du wirst wohl sehen, wo ich gestorben bin ne, ich seh dich eben nicht ich bin eben was, also da oben wie ist das denn hier bei dir? hä? stehen geblieben, da hinten kommen sie mal zurück da kann ich ey, erstmal ist da hinten was grün ist und danach kann ich wieder zurück gehen super ich sterb ja schon wieder nein, hör doch auf oh, greift er mich denn noch an? der ist ja Feuer oha oh nein da muss aber mein Schützer weg und da ich hab grad gedacht, ob du die Panischu einfach geklickt hast klick, 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 klick ja, bei mir zieht das immer da unten die Karte das ist mega anstrengend Allah, guck doch ist das die Form von Daim? nein ähm, wo ist der Vogel? ach, den hab ich gleich dabei gehabt war nicht gemerkt das Kreis der ist ja schon mal cool ich hab Schattenfeuer ich hab Schattenfeuer äh ist das Pokémon Y? ach ja, ne könnte sein Frage ist, kann ich deinen Sattel schon bauen theoretisch ach, ich glaub's dauert na ewig bis zu den Kriegs ohhhh, Level 21 ey fuck ich doch der war halt krass der war halt krass ja, aber ich sag mal so, dafür kann ich jetzt aber ich will immer einen Schaum hier eigentlich nicht weg machen ach, du musst gar nix na, ich glaub ich pack erstmal nur Megane hier wieder rein Feuri kann ja draußen bleiben, weil der ist ja auch Feier also ich pack den guten Feier jetzt hier unten rein auch trotzdem wow guck ihn dir an warum ist denn jetzt hier ein Wilderer? ich werd von allen hier tot getötet komm komm ne, die sind ja so fair aber trotzdem Mann, das ist anstrengend diese Viecher da, ne, nicht die angreifen ich geh jetzt weg, ist mir egal nicht fliegen ich flieg nicht, ich bin auf dem Boden ich flieg nicht, ich bin auf dem Boden hier sind wieder die Vögelis sollst du die nicht haben? die sind ja letztes Mal nicht gefangen ja, ich will einen wenigstens gefangen werden die explodieren gleich pass auf Jan, die machen den Boden nein, der ist schon gestorben nein, der ist schon gestorben einen hast du noch oh, ich hör schon das piep 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 die Leiche war im Ball drin hier unten ist auf jeden Fall wieder ein Teleporter wo bist du denn überhaupt? ich bin wohl hier auf dem Stein drauf gegangen oh Gott, das hab ich getan ich glaub, ich will nicht auf dem Stein ich will dich benutzen ähm Jan? ja oh nein, das hast du verpasst das verkürzt so wo bist du? ich seh den nicht ich bin beim Teleporter warum bist du denn jetzt schon vorgelaufen? ich versteh nichts ich darf, wir bleiben zusammen und dann läufst du 500 Meter vor ja, ich mach einfach mal die Spam-Attacke da bin ich schon weg, ja ja, dann mach das einfach mal nicht ich find das super der hier unten ist bushy und ich weiß nicht, was das für eins ist Wollen wir mal gucken, wer bushy ist? ach du willst doch eh mal gucken ach du willst doch eh mal gucken in welche Richtung müssen wir denn um das andere zu machen? das was du willst ach so, das ist ne Arena dann weiß ich ja wieder nicht aber hier ist was grünes nein, natürlich nicht oh, dafür noch zwei für mich sind das ist wie Orden, wenn man da genug von hört dann oder? ja, aber ich weiß ja nicht so, in welche Richtung jetzt? hier hört's auf sollte man nach Norden gehen, oder? ja, nach Norden, Bruder, ja der Weg, der da ist hey, da hinten sind deine wilden Viecher da hinten? überall nochmal kurz das holen? äh, ja toll du kannst da einfach rüber gehen ich nicht du kannst weiß ich nicht gar nichts äh, das ist doch nicht weit oh, da ist mein Vieh was sagst du so einfach? ach so, mal keiner was überlaufen okay, dann äh, wo ist denn hier mein Enter? und jetzt wieder zurück oh, warum ist hier so ein Vieh? das will ich kämpfen das will ich kämpfen stop it make love not war was hast du gemacht? du sollst dich da nicht mit den anlegen ne, ich will da nicht hin die dücken mich komm mal ein bisschen zu mir hä? also du bist ja unter Wasser gefüllt ja, wo bist du? ich seh dich nicht, hallo? oh, okay, aber die wirklich ganz weg ja, du denkst auch mal, du könntest uns mit den Größen aufnehmen oh, war dran ich hätte dir da Angst, ich will da weg tschüss die Musik auch, ey, geht auch ab was ist da vorne? was ist das? roncherry aqua roncherry aqua ich bin da sicher das ist für die Weiterwege von deinem Ding da ist noch eine Wölfe da ist noch eine Wölfe aha, wer rennt jetzt vor? hä? wo bist du? äh du bist zwei Meter hinter mir ja, eben war ich noch weiter hinter dir ich kann nur hier aufholen mit meinem 20 Meter krassen Angriff Kühe! Mozarina, Alter! ich will eine Mozarina fangen noch eine Mozarina Mozarina! Mozarina! ich steh im Ding! Alter, wie fri- Alter! Aua! friedlich ist einfach frucht bleibst drin! okay, bleib doch stop! oh, es ist tot aber Mozarina ja Mozarina du sagst nie mal, dass du es gefangen hast freu dich doch mal bei sowas jaaa ich hör nie was, wenn du irgendwie was fängst oder so und du hast da ist ein Teil ist ein Teil du weißt sich bei einer sache dann merken wir nichts finde das muss ich hier mal ganz kurz den text aufrufen um zu gucken wo ist das jetzt so hier zu zergrüben die wir jetzt stehen ah hier bangerie der ist das oh das ist wahrscheinlich echt hin Habitat wir sind fast da noch ein Stück weiter geradeaus und dann sollten sie schon da überall rumlatschen da oben sind noch mehr von den Kühen ja dann schwächt die mal ordentlich dann kann die auch mehr Mann, wo rennt die hin? ja, da ist sie warte, warte Gott war das falsche du da ey hallo hallo ja, es sind beide geschwächt ja 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 ein bisschen Milch huuuu ah man da rollt die ganzen Puff ganzen Berg runter das arme Ding komm komm äh aua L18 ich helfe mit Feilen mit ich helfe mit Feilen mit ja zurück 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 ich helder 8% ja danke für nichts das das wird jetzt spaßig ey das wird jetzt spaßig ey da stopp stopp oh Gott ja das ist womit ich den nicht zurück rufen kann warum achso kann ich das ist der der immer draußen ist und der greift ja der werft ganz viele Bälle jetzt werft ganz viele Bälle ja kann ich nicht mehr der wird jetzt ein oah der braucht gleich ein Problem schau auf du liegst einfach mitten auf dem Boden rum oh oh hallo Marvin oh aber Marvin was soll'n das hier fand ich ja jetzt mal gar nicht nett ist der jetzt wieder geschwächt gleich ein Reittier ist auch tot ne bei mir ist keiner gestorben darf ich zu dem Punkt jetzt hinfliegen ne darf ich nicht ähm ich hab null welche Farbe will ich denn mann lass mich Ruhe ich will die Karte aufmachen ok ok dem Weg folgen ich bin falsch hier ist das dicke Ding hier ist Broncherie auch Broncherie mit der Piermontkirche ja ich bin ja mega falsch das Problem ist ich brauch das dann ja gleich nicht mehr ich brauch Schiri wenn ich meinen Drachen hab lasst mich doch in Ruhe ihr Penner lauf ich in die richtige Richtung ne ich bin jetzt erst mein Vogel ich komm hier nicht weg ey nein sieht man das X auch auf der Karte ja also wenn ich jetzt hier dahin fliege meine ich ach so dann siehst du aber irgendwann einen Strahl also solltest du hier oben in der Navigationsleiste auch sehen wenn du nah genug dran bist ja aber oder bin ich weit weg aufsteigen ja aber warum zeigt er mir eine ganz andere Richtung gefühlt ah jetzt ist es doch ok ist er geschwächt eigentlich jetzt noch wahrscheinlich nicht ne wenn überhaupt doch da ist warum sollte der weg sein ne ja mein letzter war ja auch weg denn auf einmal und dann wieder die pinken Schafe hier ist wieder ein Hasi die hab ich noch gar nicht gefangen die auch nicht hä oder was war das dann für ein Vieh als du in den einen Bereich ganz kurz mal reinkommst so welches war als meins äh ihr armbrot das ist meins oh Quatsch ist ja viel mehr drin gut meine Rüstungen na sind nicht ganz beide kaputt ich hab Zucker warte ich glaube ich sollte aber einmal kurz zurück gehen weil ja weil alle meine Rüstungen zu kaputt ist die Frage soll man jetzt gucken ob hier irgendwo ein Portal ist ja da vorne ist er noch oh da ja ja ich kann nicht reiten grad ja Alter der wird echt schön ja 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 egal ist auch wieder viel schwerer sachen zu fangen ich glaube ich müsste hier auch mal sachen verbessern Und vielleicht auch einfach bessere Bälle langsam wirklich nur noch herstellen Ja komplett falsch Wir sind hier komplett falsch Aber du bist viel näher dran war Alter da vorne sind so krassen Bäume Ich glaube ich packe Schaum jetzt weg Ja ich mag Schaum jetzt zwar gerne Ich finde sein Atem auch cool aber zum Fangen ist halt scheiße Da ist ein Fänggeloppe Der behindert einen was das angeht halt nur Ja ich verstehe Den packe ich in der Zeit rein Wenn ich mal Pflanzenvieh wechsle ich gleich ja auch aus Welches wen gehört denn das all gerade Das ist eins So eins hatte ich noch nicht reingemacht Dann würde ich sagen machen wir das noch kurz Und dann war es das für diese Folge Oh ich baue wieder Fasern hier Oh ich baue wieder Fasern hier Hochwertiges Pahlöl Dann soll ich jetzt hier das kaufen Pahlensaft Kannst du So und hier was kaufe ich hier Weizenfeld Ich bin gerade einmal ein bisschen traurig Das wird es anscheinend heute nicht mehr schaffen Waren zu fangen Willst du gleich aufhören oder was Ja Äh Was war das Ach kochtopfen Level 17 Das haben wir noch nicht So ich mir noch mal ein Ei raus Was macht denn hier so komische Geräusche Hier ist irgendwo ein Shiny wahrscheinlich Hier Gewöhnliches ungewöhnliches Jumbo Ei Oh Ein Lammball Ja dann hol es trotzdem mal So So erstmal jetzt die Figur Kann ich jetzt das wieder verbessern Ja Sehr gut Es hat auch ein antrieges Bauteil gegeben Krass Ich glaube wir können nochmal zurück gehen und nochmal gucken Ja warte muss ich mir vorher nochmal ein paar Bälle bauen Jetzt habe ich mich fast keine mehr Oh mir fehlt noch ein Ding Ich habe halt kein Reittier gerade Was auch doof ist Hast du keinen anderen Sättel oder sowas Nö Ich glaube ich habe auch gerade Ja ich könnte auch keinen herstellen Hast du nicht von dem Wolf oder so theoretisch einen Ja Ja aber ich glaube halt wenn ich jetzt mit dem Wolf da reite und mich irgendwas angreift bin ich halt auch sofort tot Das ist ja natürlich doch Das ist ja natürlich doch Ja dann soll er mir mal helfen jemand Was heißt denn hier für ein hochwertiges Palöl Was ist das so schön Ich glaube ich bin mir mal Das ist ja eigentlich Weil ich hier bist Ich bin mir mal Ich bin mir mal Ich bin mir mal Ich bin mir mal Ich wollte einfach mal läuten. Dann kann ich dir nicht helfen. Jetzt. Sehr gut. So. Wollte ich noch irgendwas tun? Das hier. Feder. Ja man, meine Tür und so ist halt tot. Ja, inwie lange noch? Zu lange. Äh... Ich kann irgendwas mit hier. Du kommst mit. Du kommst auch mit. Kann ich eigentlich von irgendwelchen neuen Viechern wieder was machen? Ich kann ja schon mal gucken. Grinche Katze könnte halt reiten. Wenn ich fragen, welche Richtung es ist. Ach guck mal ein, hier schläft. Oha. Er ist böse. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ja. Bleib genau da. Kann ich dir ein bisschen ins Gesicht schießen. Oh oh. Ja, hallo. Ich hab nichts getan. Hast du jetzt das Ding, was Schaden macht, wenigstens rausgenommen? Ja. Ja. Abbrauen! Warum nicht?! Das war wieder so klar. Was wollte ich denn? Der liegt da einfach tot. Was bist du denn? Da waren auch zwei, nicht nur einer. Ja, ich habe geschrien, den einen habe ich gefangen. Ach so, na dann. Komm schnell her. Du hast da noch über 60 Sekunden, komm schnell her. Ja, bleib da nicht noch stehen. Ja ne, das ist... Nicht, weil ich gleich tot bin, weil ich muss jetzt mal gucken. Ich könnte jetzt ja X aufhören zu drücken. Was? Kannst du jetzt machen? Ach so, von ihm kriegt man das Öl, wenn er stirbt. Interessant. Und da war doch was. So, Schnellreise. Tja. Tja. Alter. Fuchs dir an. Musst du mal rausnehmen? Ja, der Raketenwerfer. Ja, der Raketenwerfer. Sattheit sinkt schneller. Ist egal, das ist der Wahre. Der Wahre. Er ist da. Das heißt, Pingi kommt raus. Das heißt, du musst auch raus. Mein Reh ist noch nicht wieder am Leben. Muss ich mir irgendwie... ein Team bauen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann halt gefühlt nichts mehr mitnehmen. Ich nehme ihn jetzt als Pflanze mit. Wenn ich auch voll viele... Oh Gott. Ja, ich kann den nur Eis mitnehmen. Der gefühlt kein Level hat. Ja, jetzt überleg mal. Kannst auch einen Doppeltyp haben. Hm. So. Ich habe jetzt erstmal meine... Feier habe ich jetzt halt zum Beispiel auch. Das heißt, Feier brauche ich auch nicht versuchen. Ja. Du bist mein neuer Pflanzen, man. Blopi. Das Ding ist Pflanze? Ja. Ach so, ja gut. Den letzten brauche ich nicht überlegen. Der ist ja... Da ist ja ein paar Sekunden wieder ready. Ready? Was auch ready ist, ist jetzt auf jeden Fall der Park? Aber ich muss noch ganz kurz gucken. Hier wegen, 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 wegen... Ob ich schon seinen Raketenwerfer bauen kann. Ja, mit Sicherheit nicht. Ach, nein. 80 oder so. Ich weiß. Das war für eine Dauer. Ah, Flopsi Halsband gibt's. Ja, wieder. Dann zeigt er einen Gegenstände in der Nähe. Das ist, glaube ich, richtig cool auch. Das ist auch eine Hauptgenommission jetzt genauer. Na, wo ist Maren? Ja, wie es übersehen, oder? Ach, du Scheiße, 44. Ach, du heiliger. Ja, gut. Das dauert noch ein bisschen. Spricht aber auch nur dafür, dass Maren ein krasses Vieh ist. Allah isst entgegen seines Unscheinbaren aussehen ziemlich wild. Ja, du weißt, da isst die Pinguine einfach auf. Ja, die ist noch schmackhaft. Gut, was auch schmackhaft ist, war der Part. Ist, war der Part, genau das. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Was morgen abgeht. Also, ja doch, für euch wahrscheinlich auch morgen. Werden wir bald sehen. Zum Morgen. Wir könnten wahrscheinlich ein bisschen weiterbauen. Vielleicht bald unsere neue Base und so. Deswegen würde ich sagen, nicht verpassen, like dir lassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Vielen Dank.